Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Vielen Dank, dass Sie es geschafft haben, hier in diesem spektakulären Raum. Ich bin beeindruckt. An einer solchen Bühne bin ich noch nicht gestanden. Und ohne die digitalen Kräfte könnten wir das ja nicht hervorzaubern, was wir hier bewundern dürfen. Es geht also heute Abend nicht nur um die Frage, wie digitale Wirtschaftssysteme zu besteuern sind, sondern es geht eigentlich sehr viel grundsätzlicher um die Frage, welche Governance-Strukturen, welche Regulierung brauchen wir für die Wirtschaft von morgen. Das ist also ein riesiges Thema, viel größer als das, was wir hier in 45 Minuten behandeln können. Und darum werde ich dann doch am Ende diese 45 Minuten damit verbringen, zu sehr geerdeten Themen zu sprechen, nämlich wie können wir sicherstellen, dass die Plattformwirtschaft, dass die Plattformökonomik der Zukunft einen Beitrag leisten kann zur Erstellung öffentlicher Güter in unseren Staaten, in unserem Gemeinwesen. Und das erfordert eine adäquate Erfassung ihrer Gewinne und eine adäquate Besteuerung dieser Gewinne. Hier zeige ich Ihnen ein Bild von Frau Merkel, wie sie im Mai letzten Jahres beim Global Solution Summit in Berlin, das ist ein Summit, den das Kieler Institut mit Partnern ausrichtet, auch heuer wieder, wie sie dort zum Thema Multilateralismus spricht. Und mit Multilateralismus verbinden wir zum Beispiel die Welthandelsorganisation, wir verbinden die anderen Bretton Woods Institutionen damit, die Weltbank, den Weltwährungsfonds. Und sie hat da das erzählt, was man von ihr erwarten würde, nämlich, dass Deutschland sich zu diesem multilateralen System bekennt, dass Deutschland sich gegen Bestrebungen stellt, die zum Beispiel aus Washington kommen, die diesen Multilateralismus in Frage stellen. Und in dieser, sage ich mal, Rede, die einer Sonntagspredigt in Stücken geglichen hat, fällt plötzlich das Wort der Digitalsteuer. Relativ überraschend. Und auch für mich, ich saß da im Publikum und dachte mir, ach, wie kommt diese Wendung jetzt zustande? Und der Zufall, den man zunächst vermuten würde, dass da ein Thema abgearbeitet wird und dann kommt das nächste, den würde ich ja ausschließen. Ich denke, was die Kanzlerin da angedeutet hat, ist, dass Europa und Deutschland in diesem Kräftemessen zwischen den USA und Europa Instrumente hat, über die wir auch diskutieren müssen. Im Mai letzten Jahres, das war die Hochzeit einer recht aufgeregten Diskussion über Zölle auf Stahl- und Aluminiumerzeugnisse Europas, da war die Digitalsteuer plötzlich ein Thema, auch als Maßnahme Europas, in Amerika oder gegen Amerika Widerstand zu leisten und einen handelspolitischen Konflikt, wenn es denn sein muss, in die Kraftkammer der amerikanischen Wirtschaft zu tragen. Und aus dieser Perspektive ist sozusagen für mich als Handelsökonom die Digitalsteuer plötzlich zu einem Element geworden, das nicht nur die Steuertheoretiker beschäftigt, sondern auch die, die sich um die Frage kümmern, wie kann unser globales Wirtschaftssystem funktionieren, welche Optionen haben wir mit unserem Wirtschaftsmodell, das wenig Wertschöpfung erzielt im digitalen Bereich, im Umgang mit einer Supermacht wie der amerikanischen, die ganz anders spezialisiert ist. Die Kanzlerin hat uns Wissenschaftler auch erfreut damals auf diesem Summit, weil sie gesagt hat, sie erwartet sich von Wissenschaftlern jetzt Input, wie diese Besteuerungsmodelle aussehen könnten. Und in der Zwischenzeit hat sich auch ein bisschen etwas getan. Die Grundlagen, auf denen ich heute das Thema besprechen kann, sind im Prinzip zwei. Das eine ist ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirates im Bundesministerium der Finanzen, das sich zum Thema Digitalsteuern geäußert hat. Sehr skeptisch, ablehnend eigentlich. Und ein weiteres Gutachten, das mein Institut oder das Institut, an dem ich arbeite, durfte bisher am IFO-Institut geschrieben hat, das auch sehr skeptisch klingt. Für mich ist die Digitalsteuer ein taktisches Element in diesem geostrategischen Konflikt mit den Amerikanern. Und die Schlussfolge am Ende wird sein, es gibt eigentlich wenig, das für den konkreten Vorschlag der Digitalsteuer, wie er von der Kommission ausgearbeitet wurde, spricht. Aber es gibt sehr viele, sehr gute Argumente, sich konkrete Gedanken zu machen, wie wir die Digitalwirtschaft, die eben auch zum Großteil aus den USA kommt, regulativ einfangen und wie wir sie auch einbinden können in die Organisation unserer Gemeinwesen, was eben darauf hinausläuft, dass sie auch beitragen müssen zur Finanzierung öffentlicher Güter. Und die Lösung am Ende wird dann eine relativ einfache sein. Sie werden sehen, Digitalsteuer ist es nicht, aber was wir brauchen, ist eine Minimalbesteuerung. Die gilt dann nicht nur für die digitale Wirtschaft, sie gilt breiter, denn die Phänomene, die wir hier beobachten und ansprechen müssen, die am Ende mit Steuervermeidung zu tun haben vor allem, diese Phänomene sehen wir ja beileibe nicht nur in der Digitalwirtschaft. Die digitale Welt ist eine, die hoch profitabel ist. Sie haben hier die Liste der zehn Unternehmen weltweit mit den höchsten Marktwerten und da müssen Sie schon suchen, eine Aktiengesellschaft zu finden, die nichts zu tun hat mit der Digitalwirtschaft. Das sind Durchschnitte aus dem Jahr 2018. Da sehen Sie Nummer eins, Apple mit einer Kapitalisierung von knapp 900 Milliarden US-Dollar. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt nur zum Vergleich ist etwa 3.500 US-Dollar schwer. Also Apple allein macht fast ein Drittel dessen aus, was an Wertschöpfung in Deutschland erwirtschaftet wird. Dann haben Sie Google mit etwa 770 Milliarden US-Dollar, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent, chinesische Digitalfirma. Dann haben Sie Berkshire, ein Investor, der auch natürlich investiert ist in der Digitalwirtschaft. Dann haben Sie Alibaba und dann kommen Banken. Sie sehen also amerikanische Unternehmen und Sie sehen chinesische Unternehmen. Wenn wir fragen, wo ist denn das größte oder das am besten finanziell bewertete deutsche Unternehmen, das wir der Digitalwirtschaft zuordnen würden, dann kommen Sie auf SAP mit 130 Milliarden US-Dollar Marktwert und Sie sehen, wie stark das oder wie weit das abgeschlagen ist. Wir haben also eine Situation, in der wir eine Wirtschaftsform sehen, die Digitalwirtschaft mit ihren eigenen Regeln und Gesetzen, die wir vor allem in den USA sehen, zum Teil in China, nicht in Europa. Das ist die Realität. Und wenn die Kanzlerin sagt, das Internet müssen wir erst verstehen, das ist was Neues, dann wird sie belächelt. In Wirklichkeit aber hat sie recht. Denn der Wandel hat sich schnell vollzogen. Und das sehen wir auch in solchen Statistiken, denn im Jahr 2008 war die Welt noch eine ganz andere. Wenn Sie da gefragt haben nach den börsenstärksten Unternehmen der Welt, dann fanden Sie dort Erdölfirmen, PetroChina, Exxon, da fanden Sie klassische Industrieunternehmen, General Electric und Microsoft erst anstelle Sie. Und als einziges Digitalunternehmen, das es heute noch gibt, das im Jahr 2008 in den Top 10 der am besten bewerteten weltweiten Unternehmen gestanden hat. Also wir haben in 10 Jahren eine dramatische Veränderung erlebt. Natürlich sind Aktienkurse, die diesen Tabellen hier zugrunde liegen, Erwartungswerte, sie spiegeln die Profitabilität eines Unternehmens wieder, nicht zum Status Quo, sondern in die Zukunft hinein. Man kauft ja eine Aktie deswegen, weil man hofft, dass die Aktie in Zukunft mehr wert ist. Weil das Unternehmen neue Geschäftsideen entwickelt, neue Märkte erobert. Man kauft also einen Zukunftswert. Und diese Zukunftsperspektiven, die offenbar die Investoren in diesen Unternehmen sehen, die sind so viel größer, als das die klassischen Unternehmen sind, die Autos produzieren, die Pharmazeutik produzieren oder die alltägliche Dinge produzieren, die wir heute überall verwenden, Hausgeräte und so weiter und so fort, Autos und so weiter. Aber in den letzten Monaten hat dieses schöne Bild Risse bekommen. Und es hat nicht nur Risse bekommen, weil wir auf Internetforen oder in intelligenten Diskussionen wie dieser hier Zweifel äußern, berechtigte Zweifel äußern an den Zukunftsfantasien mancher Visionäre, die auch hinter diesen Unternehmen stehen. Es hat Risse bekommen, weil es Missbrauchsfälle gegeben hat. Weil es Zweifel daran gibt, ob es sich hier nicht um eine Bubble handelt, in der Werte in der Zukunft erwartet werden, die deren Wahrscheinlichkeit gering sind, dass sie wirklich eines Tages realisiert werden können. Und so sehen Sie hier zum Beispiel für das Unternehmen Apple, dass in den letzten Monaten der Börsenkurs doch deutlich nachgegeben hat. 20% in etwa. Und das sind die Daten bis letzten Freitag. Das sind ganz aktuelle Börsendaten. Also da rumpelt es ein bisschen. Oder ruckelt zumindest. Jetzt sind Börsenkurse immer volatil. Es gibt vielerlei Einflüsse darauf. Apple hat schlechte Umsätze in China erzielt. Das hat die Sache ausgelöst. Aber es ist ein breiteres Phänomen. Denn es ist nicht auf Apple begrenzt. Facebook. Auch das ist ein Unternehmen, das Schlagzeilen gemacht hat. Das in sehr konkreter Art und Weise datenschutzrechtliche Bedenken ausgelöst hat. Strafrechtlich relevante Tatbestände ausgelöst hat. Und das zeigt sich in den Aktienkursen. Auch hier ein Rückgang des Aktienkurses um 20%. Und nicht nur dort. Wir können auch nach China schauen. Alibaba. Ähnliches Phänomen. Dramatisches Wachstum wie für Apple und Facebook. Der Marktkapitalisierung. Und dann aber am aktuellen Rand der Absturz. Der Absturz setzt sich möglicherweise fort. Man weiß es nicht. Das ist etwas, das jetzt im Gange ist. Aber der Zweifel, der offenbar da ist, nicht nur sozusagen in den Feuilletons der Süddeutschen Zeitung, sondern auch bei den Investoren weltweit, die sich nicht durch irgendwelche emotionalen Geschichten normalerweise beeinflussen lassen, diese Zweifel sind so groß geworden, dass diese Marktkapitalisierung offenbar heute einen doch deutlichen Einbruch erleidet. Was ist eines der Probleme mit diesen modernen Geschäftsmodellen, die so profitabel aussehen? Eines der Probleme ist ganz sicher, dass diese großen Unternehmen, die wir alle gerade gesehen haben, von Facebook, Apple, Microsoft, Google, dass diese Unternehmen wenig beitragen zur Finanzierung öffentlicher Güter. Und das lässt sich am besten darstellen durch eine Grafik wie diese hier, vor allem durch die rote Kurve, die Sie erkennen können, die die Vorsteuerprofite ausdrückt als Prozent der Löhne, die bezahlt werden, von Auslandstöchtern multinationaler Unternehmen. Das sind also die Auslandstöchter von Google in Irland oder von Microsoft in Europa, vor allem in Europa. Und was Sie da erkennen können, sind 800 Prozent hier am linken Rand Irland. Das heißt, dass die Profite, die dort von multinationalen Unternehmen oder ihrer Töchter in Irland erzielt werden, achtmal so groß sind, wie die Aufwendungen für den Faktor Arbeit dieser multinationalen Unternehmen in Irland. Da werden also Profite in eine Volkswirtschaft geschoben nach Irland, wo diese Unternehmen wenig produzieren, weil dort wenig Löhne bezahlt werden. Dort sind nicht die Ingenieure, dort sind nicht die Buchhalter, dort sind nicht die Entwickler, sondern dort fallen vor allem die Profite an. Und wenn Sie diese Kurve nach unten verfolgen und auf der X-Achse sehen, was da steht, da finden Sie die klassischen Steueroasen. Irland auf der ganz linken Seite, aber dann auch Bermuda in der Karibik, Luxemburg, Schweiz, Singapur, Niederlande. Und dann aber nimmt die Höhe dieses Prozentsatzes, also der Vorsteuergewinne, über die Löhne deutlich ab. Und wenn Sie nach Deutschland suchen, das finden Sie am ganz rechten Rand hier in dieser Grafik, wo dieses Ausmaß vielleicht 10, 15 Prozent beträgt. Also die Vorsteuergewinne, die eine Tochter eines amerikanischen Unternehmens in Deutschland macht, macht etwa 15 Prozent der Lohnsumme aus. Das ist das, was wir gewohnt sind. Das ist auch in etwa ähnlich, wie dieses Verhältnis aussieht für produzierende Unternehmen, für die deutschen Unternehmen hier vor Ort und nicht nur für die multinationalen Unternehmen, die hier eine Niederlassung haben. Und was Sie auch sehen in dieser Grafik, das ist die blaue Kurve hier, ist der effektive Steuersatz, der bezahlt wird von diesen Töchtern aus amerikanischer multinationaler Konzerne. Und Sie sehen hier, da müssen Sie auf die rechte Seite gucken, da sehen Sie hier das Irland, Luxemburg, Schweiz, Singapur, Niederlande, dass dort Steuersätze anfallen, die so zwischen 0 und 20 Prozent liegen. Relativ niedrige Steuersätze. Und wenn Sie nach rechts gucken, ganz rechts Brasilien, Frankreich, Deutschland nicht weit davon entfernt, da haben wir Steuersätze, die eher so in die Richtung 30 bis 60 Prozent gehen. Was hier interessant ist, ist, dass Sie vor allem europäische Länder sehen. Das ist nicht eine zufällige Auswahl, die die Autoren dieser Studie, die dahinter liegt, getroffen haben. Wright & Zuckmann, einer der großen Ungleichheitsforscher in Paris, Gabriel Zuckmann. Sondern das ist eine repräsentative Auswahl. Wenn Sie nach Steueroasen suchen, dann finden Sie diese vor allem in der Europäischen Union. Das ist also Irland vor allem, aber auch Luxemburg und die Niederlande. Und möglicherweise auch das Vereinigte Königreich, das sich hier in der Nähe Italiens und Deutschlands ansiedelt. Aber wo durchaus der eine oder andere brexitiert, dieses Geschäftsmodell, das in Irland, der Schweiz, Niederlande attraktiv zu sein scheint, auch für sich entdeckt haben mag. Wir haben also ein Problem in dem Sinne, dass in manchen Jurisdiktionen die Gewinne dieser multinationalen Konzerne akkumuliert werden und in einer Höhe da sind, die die normale Aktivität dieser Unternehmen, die sich durch die Lohnzahlungen messen lässt, bei Weitem übersteigt. Irland ist hier das Land, wo das am extremsten zu beobachten ist. Jetzt kann man akademisch streiten darüber, wie hoch die Steuerlast ist, die die Digitalwirtschaft trägt. Was Sie gesehen haben, waren ja die Töchter von multinationalen US-Konzernen. Das sind die Unternehmen, die wir vorher auch gesehen haben bei den Aktienkursen. Das sind die großen, dominanten Spieler. Aber wir haben natürlich auch viele, viele kleine Unternehmen, in Deutschland auch, die digitale Produkte verkaufen. Die Digitalwirtschaft ist viel größer natürlich, als nur diese dominanten Spieler. Und man kann sich fragen, wie hoch ist eigentlich der Steuersatz, der tatsächlich bezahlt wird, von digitalen Unternehmen im Vergleich zu nicht-digitalen Unternehmen. Und wenn Sie das versuchen, das haben wir gemacht für die schon genannte Studie am IFO-Institut, wenn Sie das versuchen, dann laufen Sie in viele Probleme. Die beginnen mit der Frage, was ist denn eigentlich die Digitalwirtschaft? Und was wir gemacht haben hier, ist jene Definition zu verwenden, die auch in dem bekannten Vorschlag der Europäischen Kommission verwendet wird, der darauf hinausläuft, die Digitalwirtschaft mit einer 3-prozentigen Digital Sales Tax zu belasten. Wenn man diese Definition wählt, dann sieht man, dass die tatsächliche Steuerbelastung, also die bezahlten Steuern in Bezug auf die gemachten Gewinne, dass diese Steuerlast für die digitalen Unternehmen tatsächlich kleiner ist, als für die nicht-digitalen Unternehmen im Durchschnitt. Und zwar um ungefähr 6 Prozentpunkte. Das sieht jetzt nicht dramatisch aus und es ist vor allem ein kleinerer Abstand, als der, den die Kommission in Ihren Zahlen veröffentlicht hat. Die Kommission hat 10,2 Prozent gefunden an Steuerbelastung für digitale Unternehmen und 22 Prozent in etwa für nicht-digitale Unternehmen. Der Unterschied zwischen diesen Zahlen besteht darin, dass in der Europäischen Kommission eine sogenannte effektive, angewandte Steuerbelastung berechnet wurde. Und das ist eine theoretische Zahl. Man stellt sich ein Unternehmen vor, das bestimmte Parameter erfüllt und das dann auch, weil das Steuerrecht das ja vorsieht, andere Abschreibungsmodalitäten hat oder andere Aktivierungspflichten in der Bilanz hat, als ein klassisches Industrieunternehmen. Und diese Typen werden verglichen. Das sind aber nicht die tatsächlich gezahlten Steuern, sondern das ist das, was man in einem Modell bekommt. Wenn man in die Daten schaut, soweit man die zugänglich hat, und das ist durch die Datensituation gar nicht so schlecht, dann kommt man auch auf diesen Befund, dass die Digitalwirtschaft niedrigere Steuern bezahlt, aber was man nicht sieht, ist, dass der Abstand so riesig ist. Es sind nicht 10 Prozentpunkte, sondern es sind 6 Prozentpunkte. Gleichwohl ist sozusagen die Unterstellung, dass die Digitalwirtschaft nicht in dem Ausmaß beiträgt zur Finanzierung öffentlicher Güter, wie das die anderen Industrie- oder Wirtschaftsbereiche tun. Diese Unterstellung ist gerechtfertigt. Neben der Steuervermeidungsproblematik haben die Technologiefirmen aber andere Eigenschaften. Es handelt sich vor allem, es wurde ja schon angesprochen, um Plattformökonomie, die wir hier besprechen müssen, um Unternehmen, die die Marketmaker-Funktion wahrnehmen. Die also die Verkäuferseite mit der Käuferseite auf einem virtuellen Markt, auf einem digitalen Markt zusammenbringt. Und wie in jedem Markt gilt, je mehr Teilnehmer auf diesem Markt sind, umso höher ist der Nutzen, der auf diesem Markt durch einen Tausch hergestellt werden kann. Also wenn Sie an eine digitale Plattform denken, wie Airbnb, dann wird diese deswegen wertvoll, weil Airbnb viele Angebote hat, viele Wohnungen, die man aus privater Hand kurzfristig mieten kann, in vielen Städten, in vielerlei Ausstattungsformen, teuer, billig, luxuriös ausgestattet, weniger luxuriös ausgestattet, in Großstädten, auf dem Land und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite eine große Anzahl von Nachfragern zusammenbringt. Die Digitalwirtschaft ersetzt sozusagen in gewisser Weise den klassischen Markt und macht ihn oder hebt ihn in einen virtuellen Raum. Weg vom klassischen Supermarkt oder raus aus den Formaten, wo es ein physisches Aufeinandertreffen gibt des Käufers und des Verkäufers. Und in solchen Märkten ist die Anzahl der Nutzer, wie gesagt, das zentrale Element, das die Attraktivität dieser Märkte bestimmt. Und deswegen spielt für diese Plattform die Größe eine Rolle. Das gilt für diese digitalen Märkte. Die Größe spielt natürlich auch eine Rolle für andere digitale Unternehmen, wie zum Beispiel für Google, wo die Wertschöpfung darin besteht, die Antworten zu liefern auf Fragen, die User haben. Sie suchen nach dieser Lokation. Habe ich gemacht, wo ist denn das? Ich bin kein Hamburger, wie man unschwer hört. Und ziemlich, ich komme aus Oberösterreich, also so weit weg im deutschen Sprachraum, wie man eigentlich nur sein kann von Hamburg vermutlich, im Südosten des deutschen Sprachraums. Aber Google liefert mir auf diese Antwort eine Frage und liefert eine Antwort auf unzählige andere Fragen. Auch da spielt Größe eine Rolle. Je mehr Information vorhanden ist, je mehr Daten da sind, umso besser kann Google Antworten liefern. Und deswegen ist es nicht überraschend, dass solche Suchmaschinen hohe Marktanteile haben. Google zum Beispiel, die Suchmaschine, die Sie kennen, hat ungefähr zwei Drittel Marktanteil. Und die Derivate aus dem Google Imperium, die Sie auch kennen, YouTube zum Beispiel, das Ihnen hilft, Videos zu finden, hat einen Marktanteil, der insgesamt im Universum aller Suchen nochmal ein paar Prozentpunkte dazu liegt. Und dann kommen Google Maps und Google Image und insgesamt hat Google in der Gesamtzeit aller Suchen, die stattfinden, im Internet einen Marktanteil von 91 Prozent. Das sind die aktuellen Zahlen. Das ist also schon sehr nahe an einem Monopol. Und was wir für Google sagen können, das können wir für andere, für die Google Suchmaschine sagen können, das können wir für andere digitale Produkte auch sagen. Zum Beispiel für das Betriebssystem Ihres Handys. Wenn diese Zahlen hier stimmen, dann haben 90 Prozent derer, die in diesem Raum sind, ein Android-Betriebssystem. Und knapp 10 Prozent haben ein iOS-Betriebssystem, also ein iPhone. Und diese beiden Betriebssysteme dominieren die Welt. Mit dem Android-Betriebssystem, das 90 Prozent des Marktes für sich beanspruchen kann. Jetzt ist das Android-Betriebssystem zwar ein Open-Source-Betriebssystem. Sie bezahlen dafür keine Lizenz an Alphabet oder an die Tochter von Alphabet, Google. Aber alles andere, das mit diesem Android-Betriebssystem kommunizieren muss, zum Beispiel Google Maps oder die anderen Programme, die Sie auf Ihrem Handy haben mögen, da werden Lizenzgebühren fällig. Google verdient indirekt über die Verwendung. dieses Betriebssystems. Oder, wenn Sie fragen, wie sieht es denn aus mit den Network-Sites, also mit den Facebooks, Twitters, Instagrams, Tumblr und wie sie alle heißen. Auch da sehen Sie, dass es zwar Wettbewerb gibt, da haben wir also mehr Anbieter. Bei dem Betriebssystem für Handys haben wir am Ende nur mehr zwei gesehen, hier gibt es mehr. Aber Sie sehen auch da hohe Marktanteile. Zum Beispiel Facebook in seinen Spitzenzeiten Marktanteile von bis zu 70%. Was Sie aber auch sehen, und das sollte uns an dieser Stelle optimistisch stimmen, ist, dass wir viel Bewegung haben. Wir haben Facebook hier in seinen Spitzenzeiten so um 2010, 2011 mit 70% Marktanteil. Für jeden Kartellrechtler ist das ein Problem. 70%, da brauchen wir nicht länger nachdenken, das ist eine marktbeherrschende Stellung. Gar keine Frage. Aber, was Sie auch sehen, ist, dass trotz dieser marktbeherrschenden Stellung zu einem Zeitpunkt, eben um 2010, 2011, es neue Formate gegeben hat, die Marktanteile gewinnen konnten. Twitter zum Beispiel. Oder die anderen, die alle aufgeführt sind. LinkedIn und Google Plus und Yelp und Yahoo Answers und Quora und Instagram und Pinterest und so weiter und so fort. Die alle natürlich ihre speziellen Eigenschaften haben, keine perfekten Substitute sind für Facebook, aber auf diesem Markt, der doch ein gemeinsamer ist, um Marktanteile streiten. Und für Ökonomen ist es wichtig, festzustellen, ob ein Markt bestreitbar ist. Im Fachjargon heißt das, ob ein Markt contestable ist. Also in Frage gestellt werden kann. Ein Monopol per se ist nicht das Problem. Das Problem wäre die Ausnutzung und der Missbrauch von Marktmacht. Das ist es, was kartellrechtlich verfolgt wird. Und wenn Sie sehen, dass da viele neue Unternehmen trotz einer zunächst marktbeherrschenden Stellung eines Unternehmens Platz greifen können, wachsen können, dann deutet das darauf hin, dass dieser Markt bestreitbar ist, contestable ist. Und das reicht aus, normalerweise, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen selbst mit hohen Marktanteilen die Konsumenten, die Nutzer, nicht nach Strich und Faden ausbeuten kann. Ähnliche Situation sehen wir auf dem Taxi-Markt. Und hier ist der Taxi-Markt von New York City zu sehen. Da sehen Sie diese schwarze, gezackte Kurve, die nach oben geht und am aktuellen Rand ein bisschen schwächelt. Das ist Uber. In Deutschland noch nicht ganz so wichtig, wichtig, aber Sie sehen, wie diese Uber-Kurve die gelbe New York-Taxi-Kurve durchstößt. Ungefähr zu Ende des Jahres 2017, wo also mehr Taxifahrten, Taxitrips stattgefunden haben, mit der Hilfe der Uber-Software, der Uber-Plattform, wo sich Mobilitätsanbieter, oft private Anbieter, mit den Nachfragern treffen, auch auf einem virtuellen Marktplatz, nicht am Taxi-Stand, auch nicht in der Taxi-Zentrale, sondern auf einer Plattform. Sie sehen, dass das hier, dass mittlerweile in New York Uber mehr Fahrten organisiert, als die normalen Taxis, und dass dieser Abstand deutlich gewachsen ist. Was Sie aber auch sehen, ist die violette Kurve, die deutlich unter jener liegt von Uber, die aber auch diese wachsende Tendenz aufweist, und das ist die Konkurrenzveranstaltung. Lyft. Das gibt es für uns in Deutschland, soweit ich weiß, nicht. Jedenfalls nicht flächendeckend, aber auch hier sieht es so aus, als ob Uber, das jetzt sozusagen pompös und dramatisch, die ganzen Einzelunternehmen, die da Taxi-Services angeboten haben in den USA, die viel Geld investiert haben in ihre Plaketten, überholt hat, dass diese marktbeherrschende neue Form, die letztlich auf einer Plattform basiert, wer diese beherrscht, hat Marktmacht, dass das aber trotzdem nicht ausgereicht hat, um das Entstehen eines Konkurrenten zu verhindern, nämlich von Lyft. Auch da die Geschichte offen, wohin das führt, wird die Geschichte zeigen, aber es sieht auch hier so aus, als ob dieser Markt bestreitbar ist. Und aus kartellrechtlicher Perspektive heißt das nicht, man kann sich zurücklehnen, aber es heißt doch, die Dinge sind möglicherweise nicht ganz so dramatisch, wie man meinen könnte, wenn man nur Marktanteile betrachtet. Der Marktanteil von Uber mittlerweile in New York City, der liegt bei deutlich über 50%. Und nicht nur in Manhattan ist das so, sondern wenn Sie in beliebige amerikanische Städte gehen, ist Uber sozusagen omnipräsent. Die Digitalwirtschaft fordert uns heraus, sie fordert uns heraus an gleich mehreren Ecken. Zum einen das Steuerthema, das heute Abend ja das Hauptthema sein soll. Die Digitalwirtschaft ist hoch profitabel, aber die Frage ist, trägt sie bei, trägt sie ihren fairen Anteil bei zur Finanzierung öffentlicher Güter. Sie ist omnipräsent, sie ist überall, sie ist totalitär, sie durchdringt alles, und sie ist disruptiv. Für die Taxifahrer in Manhattan ist diese Kurve, die Sie gesehen haben, eine Existenzbedrohung. Und diese disruptive Natur digitaler Wirtschaftsmodelle oder Business Models, die führt natürlich dazu, dass das Thema zu einem Politikum wird. Zu einem Politikum wird, weil zum einen die großen Gewinner existieren, die wir schon beschrieben haben, mit ihrem großen Gewinn, und zum anderen aber auch Verlierer entstehen, die durch diese Marktmodelle aus dem Markt gedrängt werden. Die klassischen Taxianbieter zum Beispiel. Die Marktmacht haben wir schon diskutiert. Das Problem an der Marktmacht ist aber auch ein politisches Problem. Das ist nicht nur eine ökonomische Frage, liegt hier ein Kartell vor oder liegt hier kein Kartell vor, oder wird hier Marktmacht missbraucht oder nicht, sondern die zentrale Frage ist doch eigentlich, ob nicht Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung in der Höhe des BIPs der Niederlande nicht auch über politische Macht verfügen, die keiner demokratischen Kontrolle unterliegt, die Dinge beeinflussen kann, jenseits der normalen Prozesse von Wahlen. Und auch dieses Element muss man, denke ich, in dieser digitalen Diskussion mitdenken. Und hier geht es nicht nur um die Macht der Unternehmen selber, sondern es geht auch um die Macht der Länder, in denen diese Unternehmen angesiedelt sind. Die Digitalwirtschaft hat ihren Sitz in den USA in großem Ausmaß, die großen Unternehmen jedenfalls, die profitablen jedenfalls sind in den USA. Und die Beherrschung der Märkte, also dieser Plattformen, die letztlich Märkte sind, verleiht nicht nur den Unternehmen Macht, sondern sie verleiht auch den Ländern Macht, in denen diese Unternehmen ansässig sind und von denen sie reguliert werden, von denen sie sozusagen politisch eingehegt werden. Und das ist auch der Grund, warum der chinesische digitale Markt so abgeschottet ist. China hat ja seine eigenen digitalen Champions hervorgebracht, wie Tencent, die in einem abgeschotteten Umfeld entstanden sind, wo man den Wettbewerb aus den USA nicht zugelassen hat. Und das nicht nur, weil es sozusagen protektionistische Instinkte gibt, sondern weil, ich denke, die chinesische Führung, die kommunistische Partei verstanden hat, dass diese digitalen Wirtschaftsmodelle, Business Models, dass die eben auch mit politischer Macht zusammengehen. Auch das ist etwas, das uns zum Thema Digitalwirtschaft zu denken geben muss. Auf der Makroebene und auf der Mikroebene haben wir die Skandale und Skandälchen, die Facebook in den letzten Monaten zu sehr zu schaffen gemacht hat. Nämlich, dass es immer wieder zu datenschutzrechtlichen Problemen kommt, zu einer Missachtung, oft auch einer systemischen oder systematischen Missachtung von Individualrechten zum Beispiel der Privatsphäre in diesen Marktsystemen, wo Information der Nutzer, Information der Anbieter zusammengeführt werden, aber eben auch öffentlich werden können und von diesen Plattformen diffundieren können in Bereiche hinein, in die der Nutzer seine Daten gar nicht hineinemittieren will oder wo sie diese Daten gar nicht hineinschicken will. Jetzt kann man fragen, müssen wir nicht diese neue Wirtschaftsordnung hier, die im Stehen ist, mit Steuern belegen, weil sie ganz offenbar Probleme hervorruft und diese Probleme gravierend sind. Ein Vorschlag bestünde zum Beispiel, Datenströme zu besteuern. Also, wenn Sie so mögen, über die Grenze hinweg, Datenströme, wenn Sie eine Software runterladen oder einen Film streamen, dann werden Gigabytes für große Volkswirtschaften gigantische Datenmengen über Grenzen transportiert. Könnten wir die nicht besteuern, so wie wir zum Beispiel Warenströme besteuern, mit Zöllen? Oder könnten wir nicht auch innerhalb von Volkswirtschaften den Datenstrom, den Dateninput, den Datenoutput messen und ihn dann besteuern? Das ist keine gute Idee. Denn Daten per se sagen uns noch nichts darüber, wie werthaltig sie sind. Sie können also sehr viel Daten produzieren, sehr viel Datenaustausch produzieren und sehr wenig Wertschöpfung damit generieren. Die Datenmengen sind also nicht aussagekräftig und vor allem sind Dateninputs. Und Inputs, also Dinge, die man braucht zur Produktion anderer Dinge, die sollte man aus steuersystematischer Perspektive nicht besteuern. Inputsteuern sind problematisch. Das ist so wie die Steuer auf Arbeit. Sie wissen alle, da gibt es immer eine Diskussion darüber, über die Besteuerung produktiver Faktoren und Ökonomen sind da sehr skeptisch. Wir würden lieber den Output besteuern als den Input. Denn die Besteuerung der Inputs führt zu Verzerrungen, denn dann wird an diesen Inputs gespart und das hat sofort zu tun mit der Qualität der Produkte zum Beispiel. Was ist mit diesen anderen Argumenten? Die Profitabilität, die Omnipräsenz, die disruptive Natur, die Marktmacht, die Menschen- und Individualrechte? Nachdem wir die Datenströme nicht bestreuen wollen, gibt es hier vielleicht Gründe in dieser Liste. Zum Beispiel die disruptive Natur. Technologien oder technologische Veränderungen, ob sie nun aus der Digitalwirtschaft kommen oder ob sie aus anderen Bereichen kommen, führen dazu, dass alte Wirtschaftsformen redundant werden, dass da Arbeit verloren geht. Arbeitnehmer ihre Existenz verlieren, dass Unternehmen Pleite machen. Und diese disruptive Natur des technologischen Wandels ist nichts Neues. Das hat es in der Wirtschaftsgeschichte immer gegeben. Die Digitalwirtschaft ist schneller, sie diffundiert global, nicht in einzelnen Regionen, wo man Modelle ausprobieren könnte, wie sie wie diese neuen Wirtschaftsformen reguliert werden könnten, eingehegt werden könnten. Haben wir nicht, denn wir reden über das World Wide Web. Wir haben keine Versuchslabore in irgendwelchen Regionen oder Provinzen, die voranschreiten. Das ist global. Und wir wollen möglicherweise gar nicht die Geschwindigkeit der Diffusion neuer Technologien einschränken. Es gibt viele, die sagen, wir müssen mehr tun in Deutschland, um die Digitalisierung der Wirtschaft schneller voranzubringen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um den Anschluss nicht zu verlieren, um bei Dingen, die für uns möglicherweise in der Medizin lebensverlängend wirken könnten, nicht Chancen auf dem Tisch liegen zu lassen. Dass die Technologien disruptiv sind, ist per se kein Grund zu sagen, wir müssen hier mit Steuern eingreifen. Wenn die Geschwindigkeit des Wandels zu schnell ist, dann gibt es bessere Instrumente, um hier Abhilfe zu schaffen. Da müssen wir über Versicherung reden. Wenn also die Taxifahrer aus Manhattan bedroht werden durch ein neues Geschäftsmodell, dann ist die Frage, was kann die Gesellschaft tun, die offensichtlich überzeugt ist von Uber, denn es wird ja stärker nachgefragt als die normalen Taxifahrer, wie dieser Nutzen, der dort entsteht, verteilt werden kann oder eingesetzt werden kann, um Sicherheitsnetze für die aufzusparen, die aus dem technologischen Wandel verlieren könnten. Das ist etwas, das wir nicht nur in der digitalen Wirtschaft, dort wo wir Daten haben oder Datenaustausch oder diese Plattformökonomie betrachten, sondern das ist natürlich auch etwas, das in anderen Bereichen technologischen Wandels eine Rolle spielt, bei der Automatisierung, bei der Einführung von Robotik, Artificial Intelligence, wo natürlich auch immer große Datenmengen involviert sind, die aber bei der Digitalsteuerdiskussion eigentlich keine Rolle spielen. Die Disruptivität ist dort auch da und ein altes, wenn Sie so wollen, wirtschaftshistorisches Problem mit Steuern wohl nicht aus der Welt zu schaffen. Die Marktmacht, ich habe vorhin schon von Kartellrecht gesprochen, von Monopolkontrolle, das ist es eigentlich, was wir brauchen. Auch da sind Steuern nicht wirklich das richtige Werkzeug. Oder die Missachtung von Individualrechten, auch da kommen wir mit Steuern nicht weiter. Wenn Sie eine Digitalsteuer einführen, dann gewinnen wir Steuereinnahmen, das kann man verwenden für alle möglichen nützlichen Dinge, aber es bekämpft nicht, jedenfalls nicht an der Wurzel, die Problematik mit dem Datenschutz. Da müssen andere Dinge her. Und die Datenschutz-Grundverordnung die wir ja nun schon kennenlernen dürfen, in unseren Betrieben, in unseren Instituten, vielleicht sogar in ihrer Stiftung, diese Datenschutz-Grundverordnung, die ist für viele eine Herausforderung, auch für viele eine Zumutung, weil sie bürokratisch ist, aber das ist der Weg, wie wir sicherstellen können, dass auch die Digitalwirtschaft sich an bestimmte Rechte der Datenbesitzer erhalten muss. Übrigens auch ein Erfolgsmodell, ein europäisches, denn an die DSGVO halten sich auch die vorhin gezeigten viele hunderte Milliarden Dollar schweren amerikanischen Tech-Firmen. Was uns also überbleibt in dieser Liste, ist am Ende dann doch das Thema der Steuervermeidung. Wir können eine Digitalwirtschaft viel kritisieren und zu Recht kritisieren, aber die Maßnahmen und Instrumente, die wir für diese Probleme einsetzen müssen, für die Marktmacht, für die Frage des Datenschutzes, für die disruptive Natur dieser Technologie, diese Instrumente sind nicht in der Steuerpolitik zu finden oder jedenfalls nicht vorrangig in der Steuerpolitik zu begründen. Das heißt, wir müssen uns dann doch einlassen auf ein paar steuerpolitische Feinheiten. Wie funktioniert eigentlich das internationale Steuersystem? Und da haben wir eine lange Tradition. Es ist ja nicht erst seit dem Entstehen der Digitalwirtschaft, dass wir grenzüberschreitende ökonomische Aktivitäten haben, dass ausländische Firmen Töchter unterhalten im Inland. Und die Frage, wer darf eigentlich die Profite besteuern, die entstehen sozusagen bei Töchtern ausländischer Unternehmen, diese Frage die beschäftigt die Welt schon seit vielen Jahrzehnten. Der Kompromiss, der vor ungefähr 100 Jahren gefunden wurde in dieser Frage, damals im Völkerbund, dieser Kompromiss gilt heute noch immer, nämlich, dass Gewinne, sogenannte aktive Einkommen, im Sitzland besteuert werden, also dort, wo der Konzern, wo ein multinationaler Konzern seinen Firmensitz hat. Es sei denn, dieser multinationale Konzern operiert im Ausland und dort, wo er im Ausland operiert, nicht nur verkauft, sondern eine Betriebsstätte hat, einen Betrieb hat, dort gibt es dann Regeln, wie die Gewinne, die dort entstehen, versteuert werden. Wer sie besteuern darf, dass die Regierung, in dem der Konzern seinen Sitz hat, oder die Regierung, die zuständig ist für das Land, wo eine Betriebsstätte ist. Und dann gibt es natürlich noch andere Einkommensarten, passive Einkommensarten, wie Zinsen, Lizenzzahlung, nicht das war Fremdkapital zum Beispiel. Und dort ist der Kompromiss von 1920 so, dass diese Einkommen im Sitzland besteuert werden. Es gibt hier zwei Probleme, die geregelt werden müssen. Und Doppelbesteuerungsabkommen, also völkerrechtliche Verträge zwischen Ländern, gestalten hier die Details. Eine Frage ist, gibt es überhaupt eine Betriebsstätte? Dort, wo eine Betriebsstätte vorliegt, dort könnte dann, nach den weiteren Regeln, das Land, wo die Betriebsstätte ist, Anrecht haben auf Gewinne, die dort entstehen. Je nach den im Detail geltenden Regeln. Es muss also im internationalen Steuerrecht diesen Nexus geben. Man kann nicht einfach sagen, hier wird etwas verkauft in einem ausländischen Unternehmen und weil da etwas verkauft wird, möchten wir Gewinnsteuer. Sondern es muss eine lokale Präsenz geben, eine Betriebsstätte. Und die Frage, wie diese Betriebsstätte zu definieren ist, physisch oder virtuell, das ist der Kern der Diskussion hier. Aber eine Betriebsstätte muss sein. Und was die Loppelbesteuerungsabkommen auch tun, ist, sie setzen Regeln fest für Quellensteuern auf Zinsen, Dividenden und so weiter. Es gibt also zwei Schritte, die hier durchlaufen werden. Der erste ist, gibt es denn eine Betriebsstätte? Wenn eine Betriebsstätte nicht vorliegt, aber ein ausländisches Unternehmen bei uns Umsatz hat, dann ist dieses Unternehmen selbstverständlich umsatzsteuerpflichtig, aber nicht gewinnsteuerpflichtig. Dann haben wir einfach einen Export. Also wenn Sie zum Beispiel ein Video streamen und der Produzent dieses Videos in den USA sitzt, dann gibt es keine Betriebsstätte, wahrscheinlich auch nicht mal eine virtuelle Betriebsstätte in Deutschland oder in Irland oder sonst wo. Da ist die Betriebsstätte dort, wo diese Filme auf dem Server liegen. und wir haben es hier einfach mit einem Import zu tun. Wir importieren einfach digitale Dienstleistung. Fertig. Die Frage nach der Betriebsstätte ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist dann, wenn wir eine Betriebsstätte hier haben, welchen Anteil der Gewinne des Konzerns lassen sich denn auf diese Betriebsstätte zurechnen? Und das ist alles ziemlich komplex. Zunächst einmal, was sagt die deutsche Abgabenordnung? Was ist denn eine Betriebsstätte? Wenn Sie die aktuell gültige Fassung lesen, da steht in § 12, Betriebsstätte ist jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit eines Unternehmens dient. Als Betriebsstätten sind insbesondere anzusehen, also das sind ja dann Beispiele, die Städte der Geschäftsleitung, Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen, Fabrikations- oder Werkstätten, Warenlager, Ein- oder Verkaufsstellen, Bergwerke und so weiter, Bauausführungen etc. Das sind also in aller Regel physische Einrichtungen. Und es ist auch klar, dass wenn ein Unternehmen zum Beispiel aus den USA in Deutschland verkauft, kann es eine Betriebsstätte geben, zum Beispiel ein Lager, aber in diesem Lager wird eigentlich nichts produziert, der Gegenstand, ich weiß nicht, ein Gadget, ein Elektronik-Tool, wird irgendwo anders hergestellt, wird bei uns letztlich nur verteilt. Auch das ist schon eine Betriebsstätte und die Frage ist, was ist der Anteil des Konzerngewinns, den man auf diese Betriebsstätte zurechnen kann. Wenn diese Betriebsstätte nur die Logistik macht, also dieses Teil hier in Deutschland verteilt, wird der Anteil des Gewinns relativ klein sein. Wenn aber da produziert wird, wenn also zentrale Produkteigenschaften erst da vor Ort entstehen, wenn ein Auto zum Beispiel teilen herkommt und dann aber hier fertig montiert wird, sieht die Situation anders aus. Aber Sie erkennen schon, das ist keine triviale Festlegung. Wenn ich eine Betriebsstätte habe, was ist die Gewinnzuteilung? Und vor allem für uns jetzt, diese Abgabenordnung, so wie sie gilt, die kann so nicht bleiben. Vermutlich nicht, denn sie erfordert eben, wenn Sie durch die Liste gehen, physische Einrichtungen. Es steht hier feste Geschäftseinrichtungen oder Anlage. Der digitale Vertrieb von digitalen Dienstleistungen zum Beispiel, da taucht ja nicht auf. Wir brauchen also eine Reform der Definition von Betriebsstätten. die Virtual Presence. Das ist etwas, das in der Steuerdiskussion von Ökonomen und Juristen zurzeit diskutiert wird. Was soll denn dann aber so eine Betriebsstätte sein? Wie definieren wir die denn? Dazu werde ich eine Idee eines Kollegen von mir vorstellen. Aber noch zur Gewinnzuteilung. Wie wird das normalerweise gemacht? Es wird die Frage gestellt, welchen Gewinn hätte eigentlich ein vergleichbares alleinstehendes Unternehmen. Also wenn Sie eine Vertriebsstätte haben, also wenn der Hersteller dieses wahrscheinlich in China gefertigten Tools hier bei uns ein Logistikzentrum haben, dann ist die Fiktion die, sich vorzustellen, dieses Logistikzentrum existiert als separate Einheit. Also zunächst verkauft der chinesische Hersteller dieses Tools das an ein Unternehmen in Deutschland und dieses verteilt das. Und der so fiktiv ermittelte Gewinn, der wäre dann in Deutschland zu versteuern. Der Fachjargon hier spricht von einem Fremdpreisvergleich oder Arms Length Principle, weil man die Hypothese oder die Konstruktion durchführt, die sagt, was wäre denn der Gewinn in dieser Niederlassung, wenn sie nicht verbunden wäre mit dem multinationalen Konzern. wenn also eine Transaktion außerhalb des Konzerns stattgefunden hätte anstatt innerhalb des Konzerns. Was über den Markt funktioniert, also außerhalb des Konzerns stattfindet, das hat Preise, Marktpreise. Was innerhalb des Konzerns stattfindet, hat keine Marktpreise, aber wir können Marktpreise, sofern wir sie beobachten, verwenden, um einen hypothetischen Gewinn zu ermitteln. Und den kann man dann besteuern. Da gibt es Tonnen von Literatur dazu, da gibt es Tonnen von Gerichtsurteilen dazu und es gibt viele Regeln und Guidelines, OECD zum Beispiel befasst sich damit, wie solche Gewinnzuteilungsprozeduren aussehen können. Die geltende Logik verwendet häufig den Begriff Wertschöpfung. Es soll besteuert werden, wo Werte geschaffen werden. Wenn also in einer Betriebsstätte ein echter Zusatzwert geschaffen wird, dann soll dieser Zusatzwert auch dort, wo er entstanden ist, besteuert werden. Wenn also die Verteilung dieses Tools in Deutschland einen Wert hat, dann soll dieser Wert berücksichtigt werden für die Gewinnermittlung und dann eben auch versteuert werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir sagen, gibt es ein Problem der Unterbesteuerung. Und wenn Gewinne verschoben werden, Niedrigsteuerstandorte natürlich dort auch, haben wir das Thema der Unterbesteuerung. Also wenn die Zurechnung nicht funktioniert oder eine Zurechnung funktioniert zwar, aber sie führt uns in eine Steuerjurisdiktion, in der gar keine Steuer anfällt oder eine sehr geringe Steuer anfällt, auch dann würden wir von Unterbesteuerung sprechen. Die Existenz von Niedrigsteuerstandorten, die haben wir in einer der ersten Folien schon gesehen. Das ist unstrittig. Wir haben ein Problem mit internationalem Steuerwettbewerb, mit einem Race to the Bottom, ganz klar. Die Länder sind im Wettbewerb um mobile Besteuerungsgrundlagen. Patente zum Beispiel. Die Niederlande sind da ganz gut. Viele Patente, amerikanische Unternehmen, auch deutsche Unternehmen liegen in den Niederlanden und die Gewinne, die denen, diesen Patenten dann zurechenbar sind nach den Gewinn-Zuteilungslogiken, diese Gewinne werden dann in den Niederlanden besteuert, aber zu geringen Steuersätzen. Wenn Sie eine große Besteuerungsgrundlage haben, ein großes Steuersubstrat, dann können Sie sehr viel Steuern einnehmen, selbst wenn der Steuersatz gering ist. Und das ist die Logik dieses Steuerwettbewerbs. Man möchte Bemessungsgrundlage anziehen und tut das, indem man die Steuersätze senkt. Das ist also etwas, worüber wir nicht diskutieren müssen, das existiert. Viel schwerer zu klären ist die Frage, wo denn nun wirklich Werte geschaffen werden. Die Frage der Gewinn-Zuteilung ist ein Albtraum für Steuertheoretiker, für die Juristen und die Ökonomen, die sich damit befassen. Denn das lässt sich wenig oder lässt sich schwer objektiv darstellen. Sogar wenn wir über physische Produkte sprechen, wenn wir über digitale Produkte sprechen, ist das Thema noch komplexer. Es gibt eine ganze Reihe von Reformvorschlägen, die diskutiert werden. Hier habe ich Ihnen eine Folie von Johannes Becker mitgebracht, von der Universität Münster, einer der Experten in Deutschland, die sich mit der Digitalbesteuerung befassen, ein Finanzwissenschaftler. Ich komme aus dem Globalisierungsthema, muss mich auch mit dieser Frage befassen, aber es ist sozusagen bei den Finanzwissenschaftlern wahrscheinlich am Ende besser aufgehoben. Da stellt sich bei der Digitalwirtschaft die Frage nach der Betriebsstätte. Könnte die Betriebsstätte das Internet sein? Oder irgendwelche Nischen oder Formen des Internets? oder digitale Plattformen? Wir können, das ist das Modell, das in Großbritannien, was auch die Europäische Kommission sich vorgestellt hat, die Frage, ob da eine Betriebsstätte überhaupt da ist oder eine definiert werden kann, ignorieren. Wir können sagen, egal. Selbst wenn gar keine Betriebsstätte da ist, besteuern wir die Aktivität eines digitalen Unternehmens, und zwar indem wir den Umsatz besteuern. Das führt uns dann sofort in die Digital Sales Tax. Das ist keine Gewinnsteuer. Darauf werde ich noch zusprechen kommen. Es ist auch eine Ad-Hoc-Maßnahme, das steht auch in Entwürfen der Europäischen Kommission, denn was wir eigentlich bräuchten, wäre eine Reform dieser Betriebsstätten- Definition. Wir brauchen also ein Digital Production Establishment, eine digitale Betriebsstätte. Und wie die aussehen soll, was das sein soll, wie das objektiv zu definieren ist, sodass es hält und nicht nur für die digitalen Betriebsformen oder die digitalen Geschäftsformen, die wir heute kennen, sondern auch für die nächsten paar Jahre, dass wir nicht übermorgen wieder hier sind und sagen, ach, da ist was Neues entwickelt worden, das passt nicht mehr auf die Definition der digitalen Betriebsstätte. Das ist eine richtige Herausforderung. Wir haben eine hohe Komplexität, die der Digitalwirtschaft zu eigen ist, und zwar aus mehreren Gründen. Der erste ist, die Digitalwirtschaft hat einen hohen Anteil von, sag ich mal, Betriebskapital, von Anlagevermögen, wenn sie so mögen, das nicht in physischer Form zu greifen ist. Wenn ein Autohersteller sein Auto produziert, dann gibt es da eine Halle, dann gibt es da Maschinen, Roboter, dann wird Material eingesetzt, all das lässt sich sehen, feststellen, physisch angreifen. In der Digitalwirtschaft haben wir es sehr häufig zu tun mit intangiblen Kapitalien, mit nicht greifbaren Anlagevermögen, Patente sehr häufig. Und wenn hier steht, hoher IP-Anteil, der uns zu schaffen macht bei der Gewinnzuteilung, dann sind da solche Patente häufig gemeint. Die sind sehr mobil. Sie können ja ihr Patent mit einem Mausklick aus dem Silicon Valley nach Irland verschieben, wenn dort die Steuerbelastung niedriger ist. Und wenn sich dort was ändert, dann schieben sie es in die Bermuda. Das ist perfekt mobil. Sie können aber eine physische Betriebsstätte, den Roboter, den sie bei KUKA bestellt haben und in Leipzig aufgestellt haben, den können sie nicht so ohne weiteres von einer Steuerjurisdiktion in die andere schieben. Und vor allem, der physische Asset ist für sich genommen nicht produktiv. Der ist produktiv, weil er in Kontakt kommt mit einem Facharbeiter zum Beispiel. Vielleicht mit immer weniger Facharbeitern, weil die Roboter immer selbstständig werden, aber er braucht Material, dass er arbeiten kann. Er braucht ein weiteres, sozusagen komplementäre Produktionsfaktor. Das braucht das Patent nicht. Die Mobilität ist sehr hoch. Und es gibt keine Vergleichspreise, weil Patente ja ein Monopol garantieren. Ein Patent heißt ja, nur der Patentinhaber kann es wirtschaftlich nutzen. Das heißt, wir haben hier keine Vergleichspreise und das Arms Length Principle lässt sich nicht anwenden. Für die Gewinnzuteilung kann man alle möglichen Ad-Hoc-Maßnahmen noch treffen. Die OECD hat auch da Vorschläge gemacht, die umgesetzt werden. Aber das sind Ad-Hoc-Maßnahmen. Langfristig muss man sich fragen, wie können wir uns vielleicht verständigen über eine harmonisierte Bemessungsgrundlage von Steuern. Wie können wir also Gewinnsteuerbemessungsgrundlagen harmonisieren? Da gibt es dann diese Monster Akronyme CCCTB, Common Consolidated Corporate Tax Base. Oder vielleicht auch und, wir können die Frage stellen, gibt es nicht einen Ausweg? Zum Beispiel über Mindeststeuern, die versuchen, das Übel an der Wurzel zu packen. Das Übel, mit dem wir hier zu tun haben, ist ja nicht so sehr die Digitalwirtschaft per se, sondern ist die Tatsache, dass die Mobilität der Produktionsfaktoren, die in der Digitalwirtschaft eingesetzt werden, des intangiblen Kapitals, dazu führt, dass der Steuerwettbewerb in einer Art und Weise stattfindet, der in klassischen Industrieformen gar nicht zu finden ist. Dieser dramatische Steuerwettbewerb führt zur Unterbesteuerung, das ist das zentrale Thema. Und mit Mindeststeuern kommen wir vielleicht ran, was wir mit der Digital Sales Tax unter Umständen auch können, aber mit hohem Kollateralschaden. Und dann gibt es noch eine weitere Reformidee, die aus den USA kommt. Die Amerikaner haben ja eine Unternehmenssteuerreform produziert, die letztes Jahr in Kraft getreten ist, am ersten Januar. Und die Debatte, die dazu geführt hat, hatte auch Relevanz oder hat auch Relevanz für unser Thema. Die Frage ist ja auch da, was ist eigentlich die Besteuerungsgrundlage. Die Amerikaner importieren sehr viel mehr, als sie exportieren. Viel Import findet statt, ohne dass dort eine Betriebsstätte existiert. Also wenn ein deutscher Maschinenbauer eine Maschine verkauft in die USA, dann macht der Gewinn. Dieser Gewinn wird in Deutschland versteuert. Der Umsatz findet in den USA statt und da gibt es dann auch eine Sales Tax. Aber es gibt keine Zurechnung eines Gewinnes in die USA oder für den amerikanischen Fiskus. Wenn Sie ein Land sind wie die USA, das sehr viel mehr importiert als exportiert, dann ist das nicht besonders attraktiv. Dann würden Sie eigentlich lieber den Umsatz besteuern. Also den Importeur direkt besteuern mit seinem Importgeschäft in den USA. Denn dann können Sie mit profitieren an der Wertschöpfung, die da stattfindet. Für ein Land wie die USA, das massiv mehr importiert als exportiert, ist das eine gute Idee. Für Deutschland, das genau das umgekehrte Wirtschaftsmodell hat, wir exportieren sehr viel mehr, als wir importieren. Da wollen wir eigentlich die Besteuerung, auch die Gewinnbesteuerung bei uns haben. Also im Herkunftsland des Produktes und nicht im Bestimmungsland, wo das Produkt am Ende konsumiert wird. Das ist eigentlich das Argument, denke ich, dass im Finanzministerium den meisten Widerstand ausgelöst hat gegen die Digitalsteuer, gegen die digitale Umsatzsteuer. Weil die Steuersystematik so auf einen Pfad geschickt wird, der uns vielleicht bei der Digitalwirtschaft passt, weil wir da Importeure sind. Aber bei den anderen Wirtschaftsbereichen, wo wir Netto- Exporteure sind, uns in die Bredouille bringen könnte, wenn das Ausland ein solches Modell auch fährt. Denn Deutschland hat so produziert mehr, als es importiert und unsere Steuerbasis ist größer, wenn das Herkunftsland-Prinzip gilt, als wenn das Bestimmungsland-Prinzip gilt. Wir konsumieren zu wenig sozusagen und produzieren zu viel und in den USA. Es ist genau umgekehrt. Wer profitiert also vom Status Quo der Steuersituation? Und wenn man sagt, wegen der Digitalwirtschaft muss das geändert werden, tauchen mögliche Kollateralschäden auf, die hoch sind. Nun, ein paar Details zu Digital Service Tax. So wie sie in den Vorschlägen der Europäischen Kommission niedergelegt sind und wie sie auch umgesetzt werden in manchen europäischen Mitgliedstaaten. Der Vorschlag der Kommission hat eine dreiprozentige Steuer vorgesehen, eine Umsatzsteuer auf Unternehmen mit einer sogenannten User Value Creation. Also da haben wir die Wertschöpfungsidee wieder. Das könnten Plattformunternehmen sein, Facebooks, Instagrams. Es sollen nur große Unternehmen sein, die einen weltweiten Umsatz von, so stand es im Vorschlag, mehr als 740 Millionen Euro erzielen und davon mehr als 50 Millionen Euro in den USA. Und das erste, was einem eigentlich hier auffällt, ist, dass das Problem hier in der Digitalwirtschaft ja nicht eines ist der Umsatzbesteuerung per se, sondern der Gewinnbesteuerung und die digitale Umsatzsteuer am falschen Ort angreift. Dazu kommt die Frage, dass selbst Umsatzsteuern ein sogenanntes Steuerinzidenzproblem hervorrufen, nämlich wer bezahlt die Steuer eigentlich? Wenn Sie eine Mehrwertsteuer bezahlen auf einem Liter Milch, dann bezahlen Sie als Konsument die Steuer, so sieht das zunächst aus, wenn Sie im Supermarkt bei der Kasse durchgehen. Aber ein Teil dieser Steuer trägt auch der Produzent typischerweise, der andere Preise verlangen kann, Bruttopreise verlangen kann, wenn die Steuer da ist, als wenn sie nicht da wäre. Ein Teil der Steuern wird von den Produzenten getragen. Und auch hier die Umsatzsteuer würde wahrscheinlich zurückfallen auf die, die die Dienstleistungen der Digitalbranche nutzen, indem Sie dafür bezahlen. Häufig bezahlen wir nicht mit Geld, sondern wir bezahlen mit anderen Dingen, mit unseren Daten zum Beispiel oder mit unserer Aufmerksamkeit, wenn Sie eine Werbeschaltung ansehen. Und die Inzidenz würde dann nicht im monetären Raum auftauchen, sondern in diesen anderen Bezahlformen, wo es um unsere Daten geht. Oder um die, sozusagen um das Erdulden und Erleiden von Werbeeinschaltungen, wenn Sie zum Beispiel an YouTube denken. Es wird also die falsche, der falsche Datbestand besteuert. Und dann sagt die Kommission, das ist eine Interimslösung. Die glauben also selber eigentlich nicht daran, dass die digitale Umsatzsteuer eine wirklich überzeugende Lösung ist. Sie sagen, das machen wir, weil uns zurzeit nichts Besseres einfällt. In Wirklichkeit aber müssen wir es schaffen, eine digitale Betriebsstätte zu definieren. Das ist in den Ländern, die jetzt eine digitale Umsatzsteuer implementieren, nicht geregelt. Die haben also dazu keine Vorschläge umgesetzt. Eine Möglichkeit, auch das stand in Papieren der Kommission, digitale Betriebsstätten einzugrenzen, ist Unternehmen zu identifizieren mit einer sogenannten signifikanten digitalen Präsenz. Da ist diese Digital Presence oder Virtual Presence, wo auch wieder Größenschwellen angelegt sind. Das sollen also nicht die Kleinen sein, nicht die Startups, sondern es sollen Unternehmen sein mit viel Umsatz. 7 Millionen, das ist nicht wahnsinnig viel, aber das ist eine Schwelle, die hier angegeben wurde. Mehr als 100.000 Nutzer, mehr als 3.000 abgeschlossene Verträge. Je nach Betriebsmodell oder Wirtschaftsmodell anders. Und es soll dann an der Quelle, nämlich dort, wo die Betriebsstätte verortet wird, soll Gewinnbesteuerung stattfinden, nach einem zu entwickelten Zuteilungsprinzip. Welche Wertschöpfung entsteht denn dann in dieser virtuellen Plattform eigentlich? Und welche Wertschöpfung ist, den Entwicklern der Plattform zuzuweisen? Welche Wertschöpfung ist, denen zuzuweisen, die diese Plattform verfügbar machen bei uns? Der Telekom zum Beispiel. Diese Gewinnzuweisung ist ein weiteres Problem, aber wenn wir noch nicht mal die digitale Betriebsstätte wirklich gut definieren können, kommen wir nicht mal zu diesem Schritt. Weiteres Problem, das der Vorschlag der Kommission hat und auch die Umsetzung dieser Idee in Frankreich zum Beispiel oder in Vereinigten Königreich oder in Spanien oder in Österreich, das sind Länder, wo eine Digitalsteuer erhoben wird schon, ist, dass sie auf eine Bruttogröße losgeht, nämlich auf den Umsatz und nicht auf eine Nettogröße, das wäre der Gewinn. Und das führt dazu, dass eigentlich die profitabelsten Unternehmen, im Vergleich zu den weniger profitablen Unternehmen, die viel geringere Steuerbelastung haben. Es kann ja sogar passieren, dass wir einen Umsatz besteuern mit einer digitalen Umsatzsteuer von drei Prozent, eines Unternehmen, das gar keinen Gewinn macht. Dann muss diese Steuer sozusagen aus der Substanz heraus bedient werden oder aber sie wird zu 100 Prozent umgelegt auf die Nutzer. Das heißt, ist das etwas, das wir wollen, dass die profitabelsten Anbieter die niedrigste Belastung haben und die weniger profitablen, häufig jüngeren Unternehmen eigentlich nicht? Das kann man jedenfalls zur Diskussion stellen. Man kann die Frage stellen, wer würde eigentlich belastet werden von einer solchen digitalen Umsatzsteuer? Wenn Sie an Amazon denken, das auch ein Beitrag sicherlich leistet zur Verödung so mancher Innenstadt, jedenfalls in kleineren Städten und für viele ein Thema ist, wo man sagt, da muss man etwas dagegen tun, dann würde die Digital Sales Tax ja nicht auf den Umsatz von Amazon per se angreifen, weil die Bücher haben einen Wert, die da verkauft werden oder die Kleidung oder die Tonträger oder was auch immer es ist, sondern es wird jener Teil der Aktivität besteuert, der aus dem Market Making besteht. Also die Plattform wird besteuert. Wir können ja nicht sozusagen Amazon als Buchhandlung anders besteuern als eine normale Buchhandlung. Das würde allen steuerlichen Gleichbehandlungsgrundsätzen der Verfassung wahrscheinlich zuwiderläufen. Es ist also diese Plattform Natur von Amazon, die man besteuern könnte. Das führt dazu, dass zum Beispiel der Einzelhandel, der Versandhandel im Internet oder auch die elektronische Verteilung von Büchern oder Zeitschriften, dass die in der gesamten EU relativ wenig zurechenbaren Umsatz hätte, den man besteuern könnte. Weil es eben nicht sozusagen der Wert der Schuhe ist, die Sie über Amazon bestellen, die wir hier der Umsatzsteuer unterwerfen könnten, sondern eben nur der Teil des Umsatzes, der auf diese Plattformfunktion von Amazon zurückzuführen ist. Das heißt, dass die Umsätze, die hier besteuert werden können, nicht wahnsinnig hoch sind. Und auch das Steueraufkommen, wenn man den Vorschlag der Kommission durchrechnet, viel zu klein ist. Also für all die, die sich denken, mit der digitalen Sales Tax könnte man in einer geostrategischen Nutzung mit den USA ein Instrument haben, das man einsetzen kann, die sind enttäuscht. Als ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, nee, das ist zu wenig. 0,1 Prozent des Steueraufkommens in Deutschland würden durch eine solche Digital Sales Tax hereingebracht werden. In der EU insgesamt 3,9 Milliarden. In Europa, in Deutschland etwas weniger als 900 Millionen. Wenn wir ein Problem haben damit, dass die digitalen Unternehmen, die Tech-Firms, riesige Gewinne produzieren und nicht versteuern, dann bringt das viel zu wenig. Wir müssen also an die Gewinne rankommen. Die Umsätze oder die Umsätze, die sozusagen in Verbindung gebracht werden können mit den nicht schon durch die normale Umsatzsteuer abgedeckten Aktivitäten, die sind schwer zu identifizieren. Und wenn wir sie identifizieren, so wie die Kommission das vorschlägt, bringen sie zu wenig. Also wenig ergiebige Steuer. Und, was dann vielleicht wieder für mich als Handelspolitiker, der Handelsökonom, eine gute Nachricht war, es trifft vor allem die USA. Das ist gut in einem handelspolitischen Konflikt, wo wir diese Steuer als Druckmittel einsetzen können. Aber das Druckmittel heißt, dass das etwas ist, das man als Gegenreaktion auf etwas verwendet und nicht, um damit in Vorlage zu gehen. Denn wenn man mit so einer Steuer in Vorlage geht, die aufgrund der Größenschwellen, die da angelegt sind, vor allem die amerikanischen Internetkonzerne betrifft, dann tut man etwas, das de facto so wirkt, wie ein Importzoll. Und, was uns sozusagen einer Gegenreaktion aus den USA ausliefern würde. Deswegen ist für mich die Digital Sales Tax etwas, das ich ungern in die Schreibtischlade versenken würde. Ich würde das auf dem Schreibtisch liegen lassen, wenn ich die Frau Merkel wäre und immer wieder darauf hinweisen. Ich würde es aber nicht einführen als erstes, sondern ich würde dieses Konzept verwenden als Gegenreaktion einer zollpolitischen Maßnahme der Amerikaner, die in den Kern der deutschen Volkswirtschaft eingreifen würde. 50% des Steueraufkommens würde von amerikanischen Unternehmen getragen werden, 40% von Unternehmen in der Europäischen Union. Aber wie gesagt, die Belastung dieser Tech-Firmen durch die Steuer, die wäre sehr minimal, so wie das vorgesehen ist. Dann müsste man von 3% auf 10% auf 20% gehen, das würde einen Unterschied machen. Aber das sind Größenordnungen, wo natürlich dann auch die Steuerumwälzung zu einer Diskussion wird. Am Ende ist auch hier ja die Frage, wer bezahlt diese Steuer eigentlich? Sind es wirklich die Tech-Firmen oder können diese Tech-Firmen die Steuer überwälzen? Ich habe immer wieder von der Digitalsteuer als ein Instrument gesprochen, das taktische Natur hat in einem Konflikt mit den Amerikanern. Weil die Tech-Firmen eben, jedenfalls die Großen und Mächtigen, die viel Geld verdienen, in den USA sitzen. Und nichts verdeutlicht das besser, als ein Blick auf die Leistungsbilanz, oder genauer auf den Leistungsbilanzsaldo der EU mit den USA. Was Sie hier sehen, ist zunächst der ganz normale Güterhandel. Da sehen Sie eine Zeitreihe, das Jahr 2003 bis 2017. Die Balken reichen ins Negative, das ist also eine Darstellung aus Sicht der USA. Und im Jahr 2017 haben die Amerikaner ein Handelsdefizit gehabt mit Europa in der Höhe von 153 Milliarden Dollar. Ein großes Defizit. Mit China haben sie noch ein größeres, aber dann kommt schon die Europäische Union. Diese Importe der Amerikaner führen zu Gewinnen in europäischen Unternehmen, in der deutschen Automobilindustrie, im deutschen Maschinenbau, in den französischen Luxusfirmen. Und die Gewinne werden dann in Deutschland und Frankreich versteuert und finanzieren hier bei uns öffentliche Güter. Die Regel, nachdem dieser Handel besteuert wird, ist eben der des Kompromisses aus 1920, wo an der Quelle besteuert wird. Also im Produktionsland, im Herkunftsland und nicht im Bestimmungsland. Die Amerikaner finden das nicht gut, die würden gerne die Steuer an den Importen ansetzen. Wir würden das allerdings als problematisch finden und haben uns auch gewehrt, als in der Diskussion zur Steuerreform in den USA solche Modelle diskutiert wurden. Das ist ein Bild des transatlantischen Verhältnisses. Das zweite ist, dass die Amerikaner mehr Dienstleistungen nach Europa exportieren, als wir nach Amerika exportieren. Und der Überschuss der USA im Dienstleistungshandel, der liegt bei 51 Milliarden. Was sind das für Dinge? Das sind Finanzdienstleistungen aus der Wall Street. Das sind Movies aus Hollywood. Und aber auch digitale Dienstleistungen. Wenn Sie einen Film streamen, also online ansehen, dazu ein Benutzungsentgelt bezahlen, dann taucht das in der Statistik als Import auf. Die Gewinne, die da entstehen, die entstehen in den USA und werden, oder nicht, in den USA auch besteuert. Und dann aber gibt es noch eine dritte Kategorie und das sind die sogenannten Primäreinkommen. Und um die geht es hier. Primäreinkommen sind die Gewinne, die ausländische, multinationale Konzerne in ihren Töchtern erwirtschaften, in Europa abzüglich der Gewinne, die die Töchter multinationaler deutscher oder europäischer Unternehmen im Ausland erwirtschaften. Die 108 Milliarden, die Sie hier sehen im Jahr 2017, das ist der Überschuss dieser Gewinne, die amerikanische Unternehmen in Europa herstellen, im Vergleich zu den Gewinnen, die europäische Unternehmen in den USA erwirtschaften. Was versteckt sich dahinter? Dahinter versteckt sich Irland, Niederlande und das, was in der Statistik unter Other sich versteckt, das ist vor allem Luxemburg, Malta, Zypern, Österreich. Und diese Gewinne der multinationalen Konzerne, das sind genau diese Elemente, die Sie vorher schon gesehen haben, als wir über Steuervermeidung gesprochen haben. Da werden nämlich Patente hinein verschoben, sodass Sie, wenn Sie eine App sich runterladen und dafür etwas bezahlen, nicht an den Entwickler in Silicon Valley zahlen, das ist also kein Import aus den USA, sondern Sie zahlen nach Irland, wo die Tochter des Unternehmens sitzt, die die App möglicherweise entwickelt hat. Dort tauchen dann die Gewinne auf. Und die Summe aus dem Dienstleistungssaldo und aus dem Primäreinkommenssaldo, das ist eine Maßzahl, keine genaue Maßzahl, aber sie gibt uns eine Idee dafür, welche Überschüsse die amerikanische Digitalwirtschaft in Europa wirtschaftet. Und wenn man die roten, die gelben, die grünen, da gibt es noch so eine blaue Größe, die heißt Sekundäreinkommen, ist unwichtig, wenn man die zusammenzählt, dann haben wir das, was die Ökonomen als Leistungsbilanz bezeichnen, die ausgeglichen ist. Wenn Herr Trump also twittert, die Amerikaner hätten ein Defizit in Europa, dann stimmt das eigentlich nur beim Güterhandel, im Dienstleistungshandel stimmt das gar nicht. Und der Dienstleistungshandel, der relevant ist, das ist der Handel mit digitalen Dienstleistungen. Was heißt das? Das heißt, wenn wir mit den USA eine handelspolitische Konfliktlage haben und die Amerikaner beginnen hier im roten Bereich bei den Gütern mit Zöllen zu arbeiten, mit Zöllen gegen Stahl und Aluminium, die haben wir schon, aber vielleicht auch mit Zöllen gegen Autos, und Autos spielen hier in diesen Balken eine große Rolle, dann geht das direkt in den Kern des europäischen, des deutschen Wohlstandsmodells. Das tut weh. Wenn wir im Gegenzug Zölle auf amerikanische Autos erheben würden, ist das für die amerikanische Automobilindustrie kein großer Schaden, denn die explodiert ja fast keine Autos nach Deutschland. Oder die Autos, die explodiert werden, werden von deutschen Konzernen in den USA hergestellt. Deswegen ist die Digitalsteuer aus diesen handelspolitischen Motiven heraus ein Instrument, das man nicht wegwerfen soll, das man aus taktischen Gründen brauchen kann. Denn die Digitalsteuer würde uns Zugriff geben auf diese Größen, die in Irland, Niederlande, Luxemburg liegen, und die letztlich keiner wesentlichen Besteuerung unterliegen. Und wo eine Umsatzsteuer so wirken kann, wie eine Gewinnsteuer. Nicht ganz klar, wie das funktioniert, aber in Teilen wie eine Gewinnsteuer funktionieren kann. Warum? Weil wenn es ein Lizenzsystem, wenn es eine Lizenzgebühr ist, auf ein Patent, das man verschieben kann, mit einem Mausklick von einem Ort zum anderen, dann sind die sogenannten Grenzkosten der Produktion, die aus einem Patent kommen, also ein weiterer Nutzer einer App, die sind null. Und in einer solchen Situation wäre eine Umsatzsteuer so gut wie eine Gewinnsteuer. Wir könnten also in diese Gewinne, die hier zu sehen sind, mit einer Digitalsteuer hineingreifen. Es wären aber amerikanische Gewinne. Und als Gegenmaßnahme auf Autozölle kann man sich so etwas vorstellen. Als eine Maßnahme zur Herstellung von gerechter Besteuerung in der Digitalwirtschaft, finde ich, ist diese Umsatzsteuer nicht geeignet, weil sie zu wenig Ertrag bringt, weil sie an den Kernproblemen nichts ändert, nämlich an Themen der Marktmacht, am Datenschutz, an der politischen Dimension des Einflussnehmens, auf Wahlen unter Umständen sogar, nichts ändert. Die Wertschöpfung durch den Nutzer, nicht steuern, wir steuern dort, wo Werte geschaffen werden, das ist leider Gottes schwierig. Ich habe Ihnen vorher eine Folie schon gezeigt, wo stand, schwer zu ermitteln. Und wenn wir beginnen, die Frage zu stellen, wo wird eigentlich Wert geschaffen, wer profitiert von sozusagen einem Marktplatz, und wer bekommt da die wirtschaftlichen Vorteile, dann begeben wir uns in Teufelsküche. Was ist denn zum Beispiel eine Kneipe? Eine Kneipe, in der viel los ist, in der sich Menschen treffen und deswegen gerne in der Kneipe sind, weil andere Menschen auch da sind. Wenn Sie allein drin sitzen, ist das langweilig, dann gehen Sie schnell wieder, trinken Ihr Bier und verschwinden. Wenn Sie dort eine Umgebung anfinden, wo miteinander diskutiert wird, wo man Spaß hat, wo es lustig ist, dann bleiben Sie dort, konsumieren mehr. Der Wirt schöpft das ab. Aber der Wert entsteht nicht nur dadurch, dass der Wirt Ihnen ein Bier oder ein Getränk serviert, sondern der Wert entsteht für Sie als Nutzer, dadurch, dass Sie mit anderen Kneipenbesuchern kommunizieren. Oder das Stadion. Wenn im Stadion was los ist, macht das Spaß. Allein im Stadion zu sein, ist uninteressant. Sie bekommen also im Stadion nicht nur das Fußballspiel oder das Handballspiel, sondern Sie bekommen auch Vorteile des Zusammentreffens mit anderen. Diese Wertschöpfung führt zu Gewinnen. Der Stadion kann Eintrittskarten verkaufen, nicht nur wegen dem Spiel, sondern auch, weil das eine soziale Plattform ist. Und der Wirt in der Kneipe verlangt für sein Bier Geld, nicht nur, weil das Bier wichtig ist für Ihre Ernährung, sondern auch, weil er in seinem Raum eine Plattform zur Verfügung stellt, wo Sie kommunizieren, wo Sie vielleicht sogar Geschäfte machen können, wo Werte entstehen. Aber der Wirt gewinnt dadurch. Eine gut frequentierte Kneipe kann einen höheren Bierpreis verlangen als eine, in der eigentlich kaum einer einkehrt. Also die Frage, wie ist das mit den, wo werden Werte geschaffen? Wie lassen sich die zurechnen? Das ist eine Frage, die sich nicht nur in der Digitalindustrie stellt. Und wenn Sie darüber nachdenken, lange genug darüber nachdenken, dann ist das etwas, das man definitorisch durch einen Steuercode schwer einfangen kann. Und es ist nicht nur die Frage des Zusammentreffens sozusagen von Kneipenbesuchern oder von Stadionbesuchern oder von Nutzern im Internet, wo Werte entstanden entsteht, durch Externalitäten, wie wir sagen, Ökonomen, weil ja keiner das intendiert, das Geschrei im Stadion, das uns dann gefällt, weil Stimmung ist. Ich schreie ja nicht deswegen, damit ein anderer sagt, wow, das ist eine tolle Stimmung. Das entsteht als Externalität. Aber wir haben auch andere Formen, wo Werte entstehen kann, online, wo letztlich keine Rechnungspreise, kein Marktmechanismus dahinter steht. Dort zum Beispiel, wo Sie sagen, ja, ich mache mal bei einer Befragung mit, da wird auch Wert geschaffen. Wenn die Lufthansa Sie fragt, wie war Ihr letzter Flug, dann beantworten Sie das, schaffen Sie Wert. Aber das ist temporär. Auch da, das klassische Steuerrecht würde sagen, wenn da keine stabile, auf Dauer angelegte Beziehung ist, ist das steuerrechtlich nicht erfassbar. Oder wenn wir gemeinnützige Aktivitäten haben. Da werden Werte geschaffen im Internet, wenn Sie einen Wikipedia-Eintrag redigieren. Das ist aber gemeinnützig und es soll nicht besteuert werden. Genauso wie nicht besteuert werden soll, wenn jemand in der Entwicklungszusammenarbeit sich engagiert und eine Arbeitsgruppe schafft und dann da vielleicht gratis dritte Weltprodukte verkauft. Ist also schwierig. Ökonomen würden sagen, Wertschöpfung wird dort geschaffen, wo Angebot und Nachfrage aufeinander treffen. Und es ist nicht so, dass es dann trivial wäre, zu sagen, der Nachfrager durch sein Nachfragen per se schafft Wert. Natürlich findet keine Markttransaktion statt, wenn es nicht den Nachfrager gibt. Aber die steuerrelevante Dimension bisher ist, dass diese Werte in Unternehmen geschaffen werden. Dass das, was der Konsument an Wert ausdrückt oder an Wertschöpfung ausdrückt für ein Produkt, das ist im Preis wiedergespiegelt. Und das wird dann im Unternehmen besteuert. Das heißt, wir erfassen die Wertschöpfung, wenn wir auf das Unternehmen gucken. Wir müssen die Nachfrageseite gar nicht anziehen. Die Annahme da ist natürlich, dass die Preise Informationen beinhalten. Wenn Preise systematisch falsch wären, zu niedrig wären oder zu hoch wären, dann haben wir ein Problem. Aber dann haben wir nicht nur ein Problem mit der Digitalwirtschaft, wo Preise oft nicht existieren oder nicht monetär existieren, sondern da haben wir ein Problem anderswo. Die Unterstellung in der Steuersystematik ist, dass die Preise Signale geben, die Sinn machen. Damit auch die Gewinnhöhen, die wir finden in Unternehmen, Auskunft geben über die Wertschöpfung, die in der Transaktion stecken. Man kann dann sich fragen, wie müsste man eigentlich eine virtuelle Präsenz definieren? Da gibt es Experten, die darüber forschen. Aber das sind sozusagen Forschungsprojekte. Das ist nichts, wo wir sagen können, hier gibt es ausgefeilte Dinge, da haben Ökonomen, Juristen, und Soziologen drüber gesessen. Das lässt sich einsetzen und ausrollen in ganz Europa. Darüber sind wir erst am Beginn. Die Frage ist, was ist eine steuerrechtlich relevante Definition Betriebsstätte, wenn keine physische Präsenz da ist? Man kann also ansetzen an Dingen wie den Daten sammeln oder der Werbung. Wenn Sie also YouTube gucken, dann wird da Werbung geschaltet. Für die Werbung wird etwas bezahlt. Und was da bezahlt wird, das kann man dann einer Besteuerung, wenn man will, unterwerfen. Aber das ist nicht systematisch genug. Wir können ja keine Lex YouTube machen und dann für die Suchmaschine etwas und dann etwas für Airbnb. Wir brauchen etwas, das systematisch genug ist. Da gibt es die Idee eines Sustained User Relationships. Sure. Das klingt ganz gut, gibt uns Sicherheit vielleicht, aber auch da ist die Frage, was soll denn das sein? Ein stabiles Netzwerk von Nutzern und Kunden, die sich im Internet treffen und sich immer wieder treffen. Das ist nicht Zufall, das ist gewollt und wiederholt. Die Frage ist dann aber im digitalen Auto oder in einem Auto, in dem sozusagen Daten ausgetauscht werden, in dem Sie da vielleicht Software verwenden, für die Sie nichts bezahlen oder für eine Werbung vielleicht sich anschauen müssen, wenn Sie Ihr Betriebssystem oder Ihr Navigationssystem einschalten, für all diese Dinge, dann wäre das Auto plötzlich eine digitale Betriebsstätte und Ort, an dem Besteuerung stattfinden könnte. Und auch hier die Herausforderung der Bewertung. Wir können Werbung, weil da gibt es einen Marktpreis, bewerten und dort ansetzen, aber das Datensammeln, zum Beispiel für den Eigengebrauch, wenn Sie mit Ihren Daten ein Betriebssystem oder ein Navigationssystem trainieren oder ein Spracheingabesystem trainieren, das sollte dann nicht besteuert werden, aber wenn es für einen Fremdgebrauch ist, dann schon. Und wenn Sie Ihr Navig trainieren oder einen Sprachcomputer trainieren, bringt Ihnen das selber was. Diese Daten können aber auch andere Nutzen stiften und können verkauft werden dann eventuell oder genutzt werden zur Weiterentwicklung von Software durch das Digitalunternehmen. Die Frage ist auch hier, was ist Ihnen zuzurechnen und was ist dem Datenunternehmen zuzurechnen, wie ist das zu trainieren. Die digitale Steuer führt noch zu vielen weiteren Fragen. Ich will Sie gar nicht damit langweilen, das können Sie in den Gutachten nachlesen, die es dazu gibt, im Gutachten eben des schon erwähnten Beirates des Bundesministeriums für Finanzen. Das sind also die besten Steuerexperten, die das Land hat. Ich glaube, das wichtigste Thema, das mir am eingängigsten erscheint, ist das nach der Systematik. Wollen wir wirklich darauf verzichten, die Besteuerung am Herkunft eines Produktes und einer Dienstleistung festzumachen oder wollen wir das Bestimmungslandprinzip anwenden? Wenn wir das tun, wenn wir das Bestimmungslandprinzip darstellen, dann verliert Deutschland an Steuereinnahmen in astronomischer Art und Weise. Dann hätten wir, die schwarze Null wäre weg, die Schätzungen, da gibt es ein paar spekulative Schätzungen, aber die gehen in die Größenordnung von hunderten Milliarden Euro Steuerverlust. Wenn wir alles, also nicht nur die Besteuerung der Digitaldienstleistungen, sondern die komplette Besteuerung vom Herkunftslandsprinzip auf das Bestimmungslandprinzip umändern, weil wir eben so große Überschüsse haben im Exportgeschäft. Und dann, wie gesagt, gibt es noch ganz viele weitere Themen. Wie kann man eine Digitalsteuer eigentlich einheben? Müssen wir da nicht die Mitwirkung ausländischer Regierungen in Anspruch nehmen? Und wenn 50% des Steuersubstats in den USA sind, werden die USA da kooperieren? Kann man sich schwer vorstellen in der Situation heute. Wie würde die USA reagieren, wenn die Steuer nicht eine Reaktion auf eine Maßnahme der Amerikaner ist, sondern aus Europa genuin herauskommt? Ist das dann nicht etwas, das einen Gegenschlag provozieren könnte, der mehr Schaden herstellt als Vorteile? Das ungünstige Verhältnis zwischen Ertrag und Aufwand habe ich schon diskutiert. Und was auch noch schlagend werden könnte, ist, dass eine solche Digitalsteuer, die ja auch auf inländische Firmen erhoben werden würde, zu einer Doppelsteuerbelastung im Inland führen könnte. Darum hat Frau Merkel, die im Mai noch von der Digitalsteuer gesprochen hat, als etwas, das man braucht, im Oktober davon gesprochen, dass man sich nicht selber ein Bein stellen soll. Und das Beinstellen, das hat was zu tun mit der Frage, wie viel Steuersubstrat verlieren wir, wenn man systematisch das weiterdenkt, was in der Digitalsteuer angelegt ist und nicht nur auf Software ansetzt oder auf Apps, sondern eben auf weitere, auch physische Produkte anwenden würde, was die Amerikaner ja gerne hätten. Dann würden wir da sozusagen nicht den großen amerikanischen Konzern zumuten, die Finanzierung europäischer öffentlicher Güter mitzufinanzieren, sondern wir würden vor allem selber zur Kasse gebeten werden in den USA zur Finanzierung derer Staatsaufgaben, nämlich am Ende auch des amerikanischen Militärs, wenn sie so Müll. Also das Thema sei schwierig, hat sie gesagt, und wir sollen uns nicht selber ein Bein stellen. Und man kann über die Frau Merkel ja vieles sagen, aber ich glaube schon, dass sie sich mit dem Phänomen auseinander gesetzt hat und festgestellt hat, dass was gut klingt und gut aussieht und auch taktisch wichtig sein kann, dass das am Ende doch nicht das ideale Modell ist, um hier Lösungen zu finden. Selbst wenn Frankreich, Italien und so weiter diese Steuers einführen, was ja gar nicht schlecht ist, finde ich, denn dann haben wir die Situation eines Reallabors. Wir können gucken, wie das funktioniert. Und mein Gefühl ist, dass wir in einem Jahr in diese Länder schauen können, auch nach Österreich, wo sie eingeführt werden sollen, und sehen, was das wirklich bringt. Wie viel Verwaltungsaufwand notwendig ist, wie viel Steuereinnahmen stattfinden, welche Ausweichmanöver passieren. Und wenn wir das verstehen, dann kann man vielleicht über die Digitalsteuer auch in Deutschland nachdenken. Was wir auf jeden Fall tun sollten, ist einem anderen Vorschlag folgen, der viel breiter ist und sehr viel wichtiger. Nämlich, wie können wir den Steuerwettbewerb in Europa, das ist ja kein Problem mit den Amerikanern, ist auch kein Problem mit den amerikanischen Digitalfirmen, sondern ein Problem mit Irland, den Niederlanden und Luxemburg. Wie können wir dieses Problem aus der Welt schaffen? Wenn wir das machen, dann unterliegt Digitalwirtschaft einer adäquaten Besteuerung. Es ist ein Problem der Steueroasen. Und hier gibt es einen Vorschlag, der zirkuliert noch nicht. Das ist also etwas, von dem man hört, dass Steuerexperten besprechen. Da gibt es also erste Entwürfe, aber nichts offizielles, eines deutsch-französischen Modells, das eine Mindestbesteuerung sicherstellen soll. Wo also das Kernproblem, das in der Ausnutzung von Steueroasen besteht, wo das systematisch ausgehebelt werden soll oder angegangen werden soll. Die Digitalsteuer hilft uns da ja nicht. Und die Idee ist, dass man die traditionelle Gewinnzuweisung, wie es in diesem Kompromiss von 1920 festgeschrieben wurde, dass also an der Quelle besteuert wird, dass man das beibehält, aber unter einen Generalvorbehalt stellt. Wenn im Land, in dem die Dienstleistung erstellt wird, zum Beispiel in Irland, wenn dort das Patent liegt, eine Steuer von effektiv 4% nur angewandt wird, in Deutschland aber die Gewinnsteuer, die relevant wäre, deutlich höher wäre, 25%, 34%, dann würde man die Differenz nachbesteuern. Also eine ergänzende Besteuerung im Sitzland oder im Absatzland. Und da würde man Anrechnungssysteme brauchen, dass es nicht zur Doppelbesteuerung kommt. Also wenn dann der in Irland sitzende Tochter des amerikanischen Multis sagt, ich habe in Irland schon 4% Steuer gezahlt, dann lassen sich diese 4% von der deutschen Steuerlast abziehen. Und mit einem solchen Modell, das auch sozusagen noch nicht wirklich ausformuliert ist, das auch noch in Diskussion steht, könnte man sicherstellen, dass die Besteuerung stattfindet. Und die zentrale Frage für mich ist nicht, wo die Besteuerung sozusagen stattfindet, in Irland oder in Deutschland, sondern dass sie stattfindet. Wie dann die Steuern verschoben werden könnten, das ist eine Frage von Transfers, von Ausgleichsmechanismen. In der Vergangenheit hat man dieses Thema nicht adressiert. Also wenn wir in Deutschland einen Exportüberschuss haben und deswegen auch mehr Gewinnsteuern in Deutschland einfahren, dann ist das so. Dann ist das etwas, das man hinnimmt und Überschüsse werden durch, ja, in der Regel, Deutschland mag der Ausnahme sein, aber fette Jahre folgen den folgenden mageren Jahren, da gleicht sich das dann über die Zeit aus. Aber das Mindestbesteuerungsmodell würde zumindest sicherstellen, dass auch die Digitalwirtschaft mit ihren mobilen Produktionsfaktoren besteuert wird, in adäquaten Höhe. Und wo das der Fall ist, ist vielleicht gar nicht das große Thema. Fazit, die Digitalsteuer klingt zunächst gut, weil die Digitalwirtschaft uns Kopfzerbrechen beschert. Nicht nur, weil sie die Steuer vermeidet, sondern weil es auch eine ganze andere Latte von Problemen gibt, von der Monopolmacht zu Datenschutzfragen, zu sehr grundsätzlichen Fragen nach der gesellschaftlichen Gestaltung des technologischen Wandels, wo aber die Digitalsteuer nicht wirklich an der Wurzel angreift. Und die Digitalsteuer würde Kollateralschäden mit sich bringen. Was wir brauchen, ist also internationale Kooperation. Eine Mindeststeuer würde sozusagen diese internationale Kooperation ersetzen. Also selbst dann, wenn die Iren nicht mitmachen, würden wir sicherstellen, dass die Gewinnbesteuerung der aus Irland sozusagen importierten digitalen Dienstleistungen so ist, dass sie der Mindestbesteuerung zumindest entsprechen würde. Wenn es der deutsche Steuersatz wäre von 34 Prozent, dann wäre das eben dieser, aber es könnte auch ein kleinerer Steuersatz natürlich sein. Und was wir auch brauchen, und das ist das, was sozusagen diese Fragen, die hier aufgeführt sind von Monopolmacht und Datenschutz, was da sozusagen ein Beitrag leisten kann, ist Anpassungen im Wettbewerbsrecht und im Datenschutz. Das sind also die Orte, wo wir sozusagen suchen müssen nach Lösungen, um Digitalwirtschaft einzuhegen. Die Digital Sales Tax, glaube ich, ist der falsche Ort und auch als Ad-Hoc-Maßnahme gefährlich, weil sie Nebenwirkungen haben kann. Vielen Dank.